Ich wünsche mir jetzt was anderes und zwar unseren ersten Gast des Tages und das ist kein geringerer als der Hausherr, der Chef des Atlantik und zwar der niegelnagelneue Chef. Er hatte am Montag seinen ersten Tag. Franco Esposito steht jetzt bei mir. Hallo Herr Esposito, schönen guten Tag, herzlich willkommen auf den Neues Empfang, aber in Ihrem Haus natürlich und alles Gute für Sie zum Start, frohes neues Jahr. Dankeschön, das möchte ich wieder. Danke. Herr Esposito, haben Sie denn schon mit Herrn Lindenberg einen Begrüßungseierlikör getrunken? Das gehört zu unseren Traditionen hier im Haus und das habe ich gelernt, da sprechen wir nicht drüber. Tradition ist von Waren. Das kann ich verstehen, Sie kennen das Haus ja sehr gut, nämlich Sie haben hier in den 80er Jahren Ihre Ausbildung gemacht. Wie ist es denn jetzt wieder nach Hause zu kommen? Das fühlt sich sehr, sehr vertraut an. Man hat es mir relativ einfach gemacht in den letzten Tagen, die Kollegen unglaublich nett, sehr zuvorkommen und fühlt sich gut an. Was hat Sie denn damals schon am Atlantik so sehr begeistert, dass Sie jetzt unbedingt auch wiederkommen wollten? Das sind Veranstaltungen wie der Empfang heute, das sind die Bälle, die Tradition, die Geschichte, die im Haus entsteht und geschrieben ist. Das sind einfach spannende Themen, die haben ihren Reiz. Und wird das Atlantik so in dieser Form als Traditionshaus bestehen bleiben oder haben Sie hier ganz neue Pläne mit diesem Hotel? Also die Tradition, wie eben schon gesagt, die wollen wir wahren. Das ist ein ganz, ganz wertvolles Thema für dieses Haus. Sicherlich werden wir uns darauf einstellen müssen, uns für die Zukunft neu aufzustellen, anders aufzustellen. Die Hotellerie ist in Bewegung, die Stadt ist in Bewegung und dann werden wir das kombinieren mit den Traditionen, die dieses Haus zu bieten hat.